Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvie und ich habe heute eine süße Osterdeko für euch. Das sind nämlich die Ostereierhasen. Sie bestehen aus Ostereiern mit Osterhasenohren und Osterhasenfüßen und einem kleinen süßen Gesicht. Sie sind damit wirklich super schnell und ganz, ganz einfach gemacht. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran und ich zeige es euch. Für euer Häschen braucht ihr natürlich Material. Als Grundmaterial habe ich hier merzerisierte Baumwolle mit 125 Meter auf 50 Gramm. Und ich mache den zweifarbig, meinen jetzt in rosa und grau. Der hier ist ja gelb und rot. Ihr könnt den auch mehrfarbig machen, dem steht nichts im Weg. Dann braucht ihr noch ein paar Reste in rot und schwarz fürs Gesicht. Und die Wolle verhägele ich mit Nadelstärke 3, damit das schön eng ist. Das ist übrigens meine Adi Swing. Dann brauchen wir zum Füllen Füllwatte und eine Schere zum Abschneiden und Nadel zum Vernähen. Wenn wir das haben, können wir direkt loslegen. So, wir fangen mit dem Körper an und dafür mache ich mir einen doppelten Fadenring. Also ich lege den Faden einmal um meinen Daumen und noch einmal um meinen Daumen. Halte mir das jetzt hier mit Mittel- und Ringfinger fest. Und gehe jetzt hier unter die zwei Fäden, da wo sich das Ganze kreuzt, hole mir den Faden, jetzt eine Schlaufe und mache eine Luftmasche. Und damit ist mein Fadenring gesichert. Den kann ich jetzt vom Daumen runter nehmen. Und hier häkeln wir jetzt rein. Und zwar 8 feste Maschen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und wenn ich das habe, kann ich hier ziehen und ziehe meinen Fadenring dann zu. Halte mir das schön fest. So, ich ziehe den am Anfang noch nicht komplett zu. Den Anfang ziehe ich mir hier raus. So, dann sind die Maschen noch ein bisschen lockerer und dann komme ich besser in die Maschen rein. Und in der ersten Runde häkel ich jetzt 2 feste Maschen in jede Masche. Und damit verdoppel ich natürlich meine Maschen. Also 1, 2 in die erste, dann ist 3, 4 die zweite, 5, 6 ist die dritte, 7 und 8 ist die vierte, 9, 10 ist die fünfte Masche, 11, 12, die sechste, 13, 14, die siebte, 15 und 16 ist die achte Masche. Und damit habe ich die erste Runde geschafft. Jetzt schnappe ich mir einen Maschenmarkierer und hänge den hier rein. Da, so, da hänge ich mir den hin. Und jetzt verdoppeln wir jede zweite Masche. Das heißt, ich häkle eine Masche und häkle jetzt in die zweite feste Masche zwei feste Maschen in die zweite. Dann wieder eine und zwei feste Maschen in die zweite. Und das können wir hier insgesamt 8 Mal machen bis zum runden Anfang. Also wieder eine und dann zwei Maschen in die zweite Masche. Eine und zwei Maschen in die zweite Masche. Eine einzelne und zwei Maschen in die zweite Masche. und da sind wir gleich wieder am runden Anfang. Eine zwei Maschen in die zweite Masche. Eine zwei Maschen in die zweite. So, eine und hier seht ihr, hier ist mein Maschenmarkierer drunter. Das ist die zweite. Das ist unser runden Anfang. Zwei Maschen in die zweite. So, den Maschenmarkierer, den hänge ich jetzt eins hoch, damit er auch hier wieder in der nächsten Masche hängt. In der nächsten Runde verdoppel ich jede dritte Masche. Das heißt, ich mache hier eins, zwei einzelne feste Maschen und verdoppel und verdoppel die dritte. Also, eins, zwei feste Maschen in die dritte. Dann wieder zwei einzelne. Eins, zwei und wieder zwei Maschen in die dritte. Damit ergibt sich jetzt hier ein Teller, wenn wir das die ganze Runde rum machen. Und das zeige ich euch jetzt nicht weiter, weil die anderen Runden schafft ihr ohne mich. In der Runde haben wir jetzt die dritte Masche verdoppelt. Dann häkelt ihr in der nächsten Runde verdoppelt ihr die vierte Masche. Und in der nächsten Runde verdoppelt ihr die fünfte Masche. Dann habt ihr, wenn ihr die fünfte Masche verdoppelt habt, habt ihr insgesamt 48 Maschen in der Runde. Und wenn ihr das habt, das kriegt ihr auch ohne mich hin, dann treffen wir uns wieder. Den Maschenmarkierer versetzt ihr immer eins hoch. Und dann erkläre ich euch an der Stelle, hier ziehe ich dann jetzt auch meinen Anfang ganz zu. Und wenn wir uns dort treffen bei den 48 Maschen, dann erkläre ich euch auch, wie ihr die Größe von eurem kleinen Häschen anpassen könnt. So, ich habe alle meine Runden gehäkelt. So sieht das jetzt aus. Das hier war mein Anfang. In der ersten Runde, also hier habe ich acht Maschen in den Ring gehäkelt. Dann habe ich in der ersten Runde jede Masche verdoppelt. In der zweiten jede zweite Masche verdoppelt. Jede dritte Masche verdoppelt. Jede vierte Masche verdoppelt. Und in der letzten jede fünfte Masche verdoppelt. Und damit haben wir jetzt 48 Maschen. Und wenn wir das jetzt zählen, inklusive dem Anschlag, haben wir hier eins ist der Anschlag, zwei, drei, vier, fünf, sechs Runden. Wenn ihr den Hasen jetzt größer machen wollt, dann verdoppelt ihr einfach jede sechste Masche noch. Dann habt ihr sieben Runden. Und wenn ihr den noch größer haben wollt, dann verdoppelt ihr jede siebte Masche. Dann habt ihr acht Runden. Und wenn ihr den kleiner haben wollt, dann häkelt ihr weniger Runden. Und danach kommen so viele Runden, wie ihr hier gehäkelt habt, zum Verdoppeln. Hier. In meinem Fall, also inklusive dem Anschlag, sind das sechs Runden. und so viele Runden häkelt ihr jetzt einfach wirklich immer fröhlich im Kreis herum, ohne Zunahmen, ohne Abnahmen, ohne dass da irgendwas passiert. Also eine feste Masche in jede Masche. Und in meinem Fall jetzt eben für sechs Runden, für meine Größe, das ist das, was hier rauskommt. Und wenn ihr das kleiner macht, dann eben so viele Runden, wie ihr zugenommen habt. Und wenn ihr das größer macht, genauso. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis von der Größe, von der unteren Größe von diesem Ei und wie ihr das kleine Scheißerchen größer oder kleiner kriegen könnt. So, ich häkel jetzt hier fröhlich meine sechs Runden, da müsst ihr mir nicht bei zugucken, das geht ja relativ schnell. Und nach den sechs Runden treffen wir uns wieder, da zeige ich euch, wie man hier oben die Abnahmen macht. So, ich habe meine sechs Runden geschafft und jetzt haben wir hier so ein kleines Körbchen gebastelt. Also für alle, die gerne einen Korb häkeln möchten, genau so kriegt ihr das hin. So, und jetzt wollen wir abnehmen. Und damit, dass wir hier diese Eierform hinbekommen, nehmen wir jetzt halb so oft ab, wie wir zugenommen haben. Das gilt für alle Größen. Wir haben ja hier vorhin an acht Stellen in jeder Runde zugenommen. Und jetzt nehmen wir an vier Stellen ab. Und dafür muss ich einmal meine Gesamtmaschenzahl, die ich habe, durch vier teilen. Das sind ja hier, ne, 48, hatten wir gesagt. Ansonsten, in anderen Größen müsst ihr einfach zählen. Also ich habe hier 48, 48 geteilt durch vier ist zwölf. Und das heißt, wir häkeln immer die elfte und zwölfte Masche zusammen. also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. und hier kommt unsere erste Abnahme und da zeige ich euch einen Trick, wie die unsichtbar werden. Ich gehe bei der ersten Masche nur unter den ersten Faden durch, hole mir keinen Faden, sondern gehe da nur durch, gehe jetzt unter die zweite Masche rein und hole mir hier den Faden durch diese beiden Schlaufen durch und mache jetzt hier meine feste Masche und damit ist diese Abnahme total unsichtbar. Und das machen wir jetzt noch mal. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, und die elfte wollen wir wieder mit der zwölften zusammen, also das heißt, ich gehe hier wieder drunter, gehe unter die nächste Masche, hole jetzt den Faden durch diese beiden Schlaufen durch und mache meine feste Masche und dann wieder weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, unter die Schlaufe drunter, in die nächste Masche unter beide Schlaufen drunter, den Faden hier komplett durchholen durch die zwei, das will auch bei mir manchmal nicht beim ersten Mal, so, und dann die feste Masche beenden. Und das mache ich jetzt natürlich noch ein viertes Mal. Nach dieser Runde, damit wir hier keine Ecke kriegen, häkelt ihr eine Runde feste Maschen ohne Abnahmen und dann zeige ich euch wieder die nächste Abnahmerunde. So, also auch meine Zwischenrunde habe ich gehäkelt und jetzt kommt die nächste Abnahme und wir werden ja hier immer eine Masche weniger, also wir hatten gerade zehn Maschen und haben die elfte und die zwölfte zusammen gehäkelt und jetzt sind es dementsprechend neun und die zehnte mit der elften zusammen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und und jetzt die zehnte mit der elften zusammen. So, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Und dann wieder weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und die zehnte mit der elften. Ihr seht also, die Zunahmen sind immer gleich und die werden auf die Art und Weise schön unsichtbar. Das waren jetzt zwei Zunahmen, kommen noch zwei bis zum runden Ende. Und jetzt nehmt ihr in jeder Runde ab. Also hier haben wir immer neun gehäkelt und dann zehnte Elfte zusammen. Nächste Runde häkeln wir acht und die neunte mit der zehnten zusammen. Übernächste sieben häkeln, achte mit der neunten zusammen, die Runde drauf, sechs häkeln und die siebte mit der achten zusammen und so weiter. Und das macht ihr so lange, das kriegt ihr definitiv ohne mich hin, das weiß ich, das macht ihr so lange, bis ihr hier oben ein Loch habt, was so ungefähr zwei Zentimeter groß ist und dann müssen wir füllen und zumachen. Bis dahin häkel ich mich jetzt mal vor, hier und ihr auch und dann treffen wir uns zum Füllen wieder. So, ich habe meine Abnahmen gehäkelt, hier seht ihr, dass die wirklich sehr, sehr schön unsichtbar sind. Da ist mir gerade mein Maschenmarkierer rausgeflogen, der kommt natürlich hier wieder in den Anfang rein und ich bin jetzt so weit, dass ich hier noch ungefähr zwei Zentimeter offen habe, da kriege ich den Finger gut rein und ich habe übrigens immer drei Maschen gehäkelt und dann die vierte, fünfte zusammen gehäkelt, nur dass ihr ungefähr eine Größenangabe habt und jetzt kommt hier einfach Füllwatte rein und die stopfen wir schön rein und auch schön fest und da geht eine ganze Menge rein in diesen kleinen Körper also nicht wundern hier verschwindet wirklich ein ganzes Ende Füllwatte drin so ihr könnt den hier zwischendurch immer kneten und gucken ob euch das schon fest genug ist oder ob ihr hier noch mehr rein machen wollt also mir reicht das jetzt an der Stelle und jetzt häkel ich hier oben einfach und meinen Maschenmarkierer nochmal aufmachen da hängt nämlich mein Garn drin so und jetzt häkel ich hier oben einfach nur den Rest zu und dafür einfach hier schön weiter also ich hatte vorhin drei gehäkelt und das heißt ich häkel jetzt hier eins zwei und die nächsten beiden zusammen nochmal eins zwei die nächsten beiden zusammen eins zwei und hier müssen wir gucken dass wir dort auch nicht aus versehen wieder zunehmen weil wir in die gleiche Masche nochmal einstechen weil das ist ja jetzt hier schon prall gefüllt so und hier die nächsten beiden zusammen so zack und jetzt kommt hier oben immer nur noch eine und die nächsten beiden zusammen und wenn wir die Runde geschafft haben dann ziehen wir den Rest oben auch schon zu wenn ihr merkt das wird jetzt hier oben für euch so eng dass ihr schon zu ziehen wollen würdet dann könnt ihr das auch machen hier muss ich noch eine häkeln und die beiden zusammen zack zieht mir hier einen Faden raus schneid den ab und und da kommt auch schon unsere Nadel zum Einsatz hier können wir jetzt gucken ob das oben schon voll genug ist also ob wir das nach oben kneten können und oder oder ob wir jetzt hier in die Spitze noch ein bisschen Füllwatte nachmachen wollen für mich reicht das was ich hier drin habe das kann ich also gut dahin kneten so und jetzt fangen wir uns hier oben einfach die Maschen auf also immer hier die Maschenglieder die so an der Seite sind die da die sammeln wir uns einfach mit der Nadel auf gehen da durch und ziehen das zusammen so und da ist das oben schon zusammen und dann gehe ich hier immer noch ein zweites mal durch das entspricht also dem umgekehrten doppelten Fadenring und damit geht das auch nicht auf so und jetzt vernähen wir einmal einmal komplett durch schieben ziehen abschneiden und dann ist der schon vernäht und jetzt knete ich mir hier mein körperchen schön in die form die ich da haben möchte vernähen auch den endfaden und dann zeige ich euch wie öhrchen und füße gemacht werden so mein körper hier ist fertig und auch fertig vernäht er hat jetzt kurz pause und öhrchen und füße sind wirklich super super leicht gemacht die habe ich hier schon mal vorbereitet die werden nämlich alle gleich gemacht und dann werden die einfach beim nähen geformt und das zeige ich euch an einem füßchen wir machen wieder den doppelten faden ring da gehen wir von unten rein und eine schlaufe eine luftmasche in die schlaufe dann ist der gesichert hier kommen 8 feste Maschen rein also 1 2 3 4 5 6 7 8 jetzt kann ich den bisschen zuziehen aber noch nicht ganz fest und jetzt verdoppel ich auch genauso wie beim körper einfach jede masche das heißt ich habe hier zwei in die erste dann 3 4 in die zweite 5 6 in die dritte 7 8 in die vierte 9 9 10 in die fünfte 11 12 in die sechste 13 14 in die siebte 15 16 in die achte so so das habe geschafft dann ziehe ich mir hier meinen faden raus und jetzt müsst ihr nichts weitermachen außer fröhlich in runden nägeln und zwar eine masche in jede masche und zwar für die füße macht ihr jetzt insgesamt 8 runden also die füße haben jetzt 8 runden und die öhrchen haben 11 runden nach der zunahme also jetzt noch hier für meine füßchen 8 runden fröhlich feste maschen häkeln und das ist auch hier an der stelle schon das ganze geheimnis das mache ich mal ganz fix das kriegt ihr definitiv auch ohne mich hin die 8 runden und das macht ihr zweimal mit 8 runden für die füße und zweimal mit 11 runden für die ohren und wenn ihr das haben dann zeige ich euch wie der fuß gefüllt wird und wie wir öhrchen und füße am körper befestigen so ich habe meine 8 runden geschafft so sieht mein kleines füßchen jetzt aus und jetzt kommt hier wieder füll watte rein ich stopfe das hier mit den daumen immer so stückweise nach und hier brauchen wir ein bisschen stand aber das ganze halt auch nicht zu prall stopfen an der stelle denn der muss ja noch der soll ja noch da dran also der muss hier auf jeden fall so ein bisschen knitschig sein und wenn ich das jetzt so habe ja dann geht das so und dann mache ich folgendes dann nehme ich hier meine Häkelnadel wieder und jetzt häkel ich einfach klappe ich mir das hier zusammen und häkel mir das zu gehe damit in die zweite Masche rein und vorne und hinten durch so und einmal hier vorne mit hinten zusammen häkeln so am Ende noch eine Luftmasche machen und einen langen Faden denn den nehmen wir gleich zum fest nähen so da ist auch schon unser zweites Füßchen die Öhrchen hier die häkelt ihr nur zusammen die werden aber nicht gefüllt ihr seht die sind platt so damit wir das jetzt annähen können machen wir zuerst folgendes wir falten einmal unsere Öhrchen dafür gehe ich jetzt hier hin und falte das Öhrchen hier so nicht ganz auf die Hälfte sondern hier so bis kurz vorm Ende und das nähe ich schon mit ein paar Stichen zusammen so machen wir hier einen kleinen Knoten damit mir das nicht aufgeht und das andere Ohr das falte ich genau in die andere Richtung also das falte ich genau nach hier so dass die beiden in unterschiedliche Richtungen gefaltet sind und auch das fixiere ich mir mit ein paar Stichen so und jetzt empfehle ich euch dass ihr ein paar Stecknadeln nehmt ich habe hier so Wollstecknadeln um euch das ganze fest zu stecken und dann fixiert ihr euch einmal eure Füßchen hier am Häschen dran und zwar so dass der stehen kann und dann nehme ich mal jetzt hier eine andere Nadel damit wir sehen ob der steht das ist also ungefähr unten die dritte runde an der wir das fest nähen und wenn ich den jetzt so hinstelle dann steht der gut das gut die sind also schön positioniert und die öhrchen die machen wir so dass die falte jeweils außen liegt und die machen wir hier in die mitte an den hinterkopf und so ein bisschen nach außen zeigen und dann stecke ich mir das auch einmal fest und dann kann ich mir angucken ob mir der Hase so gefällt oder ob ich die Ohren vielleicht tiefer machen möchte das gibt dann natürlich eine andere Optik wenn ihr die tiefer macht oder ihr könnt die eben auch weiter auseinander nähen dann sieht es eher aus wie ein Mäuschen so wenn wir das so haben hier gefallen mir die ganz gut dann nähe ich die hier hinten fest so und ich zeige euch an dem einen Beispiel mal gucken wo meine Nadel dran hängt wie wir das fest nähen also wenn ihr eure Position fest gelegt habt und wenn ihr damit zufrieden seid dann mache ich hier Stiche die gehen von unten nach oben und damit ziehe ich mir das hier einmal am Hasen erstmal fest so in der Position wo ich hin haben will deswegen ist feststecken wirklich wichtig so dann ist das jetzt erstmal fixiert kann ich da die Nadel raus nehmen und hier die kleine Ecke die ziehe ich auch noch ein bisschen nach innen und da gehe ich hier rein hier klappe mir das ein bisschen auf ziehe das hier ran und jetzt nähe ich hier noch mir das Ohr sozusagen von außen ein bisschen dichter an den Kopf fest dann müsst ihr von außen rein und hier euch das fest dran ziehen und da könnt ihr auch noch die form und die falte noch so ein bisschen nach just hier an der stelle und das ganze noch mal hier rein so so das okay dann kann ich das hier noch ein bisschen ziehen und auch noch ein bisschen spitz falten und schon haben wir ein spitzes Hasenohr so wenn ich zufrieden bin und wenn ich mit der Position zufrieden bin und das gut angenäht habe hier noch stichen dann vernähe ich mir hier einmal so ein bisschen den faden so komm her gehst jetzt mal raus hier so und dann mache ich mir hier so ein kleines Knötchen dann kann ich mir den Faden ein bisschen hier so im Öhrchen vernähen in den Maschen und wenn ich das habe dann kann ich den aber auch hier einmal durch den Körper buxieren unten hinziehen na geh ab und hier unten ziehe ich ganz leicht dran schneide ich den ab da bleibt der Rest vom Faden eben im Körper drin so und so nähe ich auch das zweite Ohr an und auch die Füße ihr könnt auch die Ohren so ein bisschen so ein bisschen höhenversetzt machen um dem Hasi halt einfach noch eine andere Optik zu geben das müsst ihr jetzt einmal festnähen wenn ihr das habt sehen wir uns hier wieder denn dann kommt noch der wichtigste Teil und das ist das Gesicht so ich habe Ohren und Füße dran und das sieht jetzt schon erstens nach einem Ei aus und zweitens auch nach einem Häschen und jetzt kommt das Gesicht und das Gesicht ist ganz ganz wichtig ich empfehle euch hier so ein bisschen dickere Stecknadeln zu nehmen um euch das Gesicht einmal zu markieren und zwar machen wir die Nase unterhalb von der Mitte also wenn das hier die Mitte ist ist die so ganz leicht unterhalb von der Mitte und dann kommen die Äuglein relativ dicht an die Nase dran den können wir noch eins höher setzen hier wenn ihr das Ganze jetzt beispielsweise höher macht da also die Nase dahin und die Augen dahin dann verschiebt sich das schon wieder seht ihr und dann hat er hier unten so ein sieht aus wie so ein Doppelkinn das heißt die Nase wollen wir unbedingt hier so ein bisschen im unteren Bereich haben wenn ich die Augen zu hoch mache dann hat er auch einen komischen Blick und wenn ich die Augen zu weit auseinander mache so dann sieht er so ein bisschen aus als ob der schielt also ihr könnt ihr könnt euch auch die Augen so positionieren ihr könnt auf jeden Fall mit der Position der Augen und mit der Position der Nase dem Ganzen ein wirklich ganz ganz anderes Gesicht geben das ist jetzt hier so meine Position die ich haben möchte die entspricht etwa hier der die hier habe und da nähen wir das jetzt halt auch fest und die Nase die sticken wir ich lasse mal hier meine Nadel drin um einfach meine Position zu haben und dann gehe ich jetzt hier so ein ganz kleines Stückchen tiefer und und einmal da schräg hoch also ungefähr in die Mitte und dann einmal schräg hoch und dann lasse ich mir hier hinten so ein bisschen Faden dann wieder zum Vernähen und das Ganze mache ich noch einmal in die andere Richtung also hier in die gleiche Reihe und auch wieder schräg hoch so und die Nase ist mittig zwischen den Füßen und mittig zwischen den Ohren so und jetzt habe ich mir hier so ein Dreieck genäht wenn ich wieder reingehe und jetzt steche ich einfach im Dreieck hier diverse Male hin und her und immer wieder ins gleiche Loch und damit ergibt sich dieses Herzchen was wir haben ich kann auch hier einmal zweimal so ein bisschen ganz leicht drunter gehen dann wird das Herzchen ein bisschen runder aber auf jeden Fall solltet ihr gucken das war schon ein bisschen zu weit hier muss ich hin so dass ihr nicht zu weit abweicht weil sonst wird die Nase auch wieder krumm so hier hin und her und dann ein paar Mal da rein und dann auch ein bisschen einmal so ein bisschen weiter Richtung Mitte und auch hier mal so ein bisschen weiter Richtung Mitte da könnt ihr auch immer nachjustieren wenn ihr seht so wie ich jetzt bin ein bisschen zu weit in die Mitte gekommen dann mache ich das wieder zurück und dann fröhlich hin und her und das macht ihr so lange bis das Herzchen wenn hier voll genug ist also bis das Herzchen wirklich ordentlich dick ist das dauert ein bisschen das mache ich mal ganz fix fertig so und wenn euch euer Näschen jetzt hier voluminös genug ist dann stecht ihr da wieder rein so und hier mache ich so einen ganz kleinen ganz kleinen Stich Stich zur Seite damit ich mir das hier einmal fixieren kann so und dann steche ich den hier unten durch und auch irgendwo hinten nach Püppi raus damit könnte ich jetzt hier auch noch ein Schwänzchen sticken wenn ihr wollt und den Rest also unseren Anfangsfaden den wir hier genommen haben den vernähe ich mir auf ähnliche Art und Weise da gehe ich hier einmal unter das Herzchen drunter also hier unter die Stränge so und nochmal und ziehe mir die damit so ein bisschen zusammen so zack da mache ich ein kleines Knötchen und dann geht das hier auch ab nach hinten und verschwindet im Körper so die Nase ist schon mal da und die ist schon mal so wie sie sein soll und ich habe festgestellt ich muss ein ganz klein bisschen schief ich hätte ein Stück weiter nach links setzen sollen aber das macht jetzt nichts so und jetzt fangen wir an mit Augen und Mund und zuerst mache ich den Mund den mache ich hier zwei Reihen unter der Nase einmal hoch zur Nase komme da raus wo ich mit der Nase aufgehört habe das sind sogar schon drei Reihen so viel brauche ich da gar nicht das ziehe ich da nochmal raus so hier da zwei Reihen so dann kann der da stehen bleiben und jetzt steche ich hier einmal schräg nach oben für meinen lachenden Hasenmund ihr könnt den auch nach unten machen wenn ihr den traurig haben wollt ich mag den lachend nach oben dann steche ich hier in der Mitte wieder ein und steche hier zur anderen Seite ein und damit habe ich meinen Mund hier mit dem bin ich auch zufrieden mit dem Mund mit dem kleinen und jetzt geht es auf zum Auge nach oben und da steche ich hier aus hier wo mein Auge anfangen soll und das könnt ihr immer nochmal nachjustieren wenn ihr den ersten Stich gemacht habt also hier finde ich das Äuglein jetzt eigentlich ganz gut dann steche ich hier einmal schräg hoch und wieder runter so und damit wir hier so ein bisschen so ein kleines Sternchen und wie Wimpern haben steche ich hier eine Reihe drunter ein so so und dann hier eine Masche daneben ein und immer wieder zur gleichen Stelle raus seht ihr und damit habe ich eben dieses kleine Sternchen Auge und das mache ich hier das steche ich überall zweimal nochmal durch und damit habe ich das Auge auch schon fertig sondern steche ich hier ein und gehe da genau zur anderen Seite rüber und gucke dass ich ungefähr den gleichen Abstand habe von dem unteren der ist sogar hier drin der untere und dann wieder hier einmal schräg hoch und das Ganze dann auch wieder zweimal insgesamt also jede Strecke hier zweimal nach damit das hier auch ein bisschen Volumen kriegt und dann vergleiche ich die so ein bisschen ob die gleich sind man könnte ja jetzt überlegen ob man hier noch einen nach da nimmt aber das wäre dann glaube ich ein bisschen viel so ich steche jetzt hier nochmal rein und dann gehe ich hier so schräg drüber für meine Augenbraue die Häkelnadel wollen wir unten lassen dann mache ich hier die Augenbraue drauf steche dann auch gleich zur anderen Seite rüber für die Augenbraue und die kann ich noch eine Reihe höher machen die Augenbraue und dann machen wir die hier hin dann gehe ich nochmal zum Mund zurück die Augenbraue mache ich nur einfach da könnt ihr auch hier noch ein bisschen ziehen um die nachzuziehen so und dann gehe ich hier einmal um meinen Mund rum so na komm her mache mir unter der Nase so ein ganz kleines Knötchen und lasse dann den Faden hier wieder im Rest des Körpers verschwinden den kann ich abschneiden so und dann vernähe ich noch hier den unteren Faden genau so nach hinten durch einmal zack weg ist er so wenn ich das hier knete ist der weg und schon ist mein Hasilein fertig und ihr seht der zweite hat einen ganz anderen Gesichtsausdruck als der erste weil hier auch die Augen ein bisschen weiter auseinander sind als bei dem ersten und schon guckt der einfach ganz anders so ich hoffe mein kleines Video hat euch gefallen wenn dem so ist lasst doch ein Däumchen nach oben da empfehlt mich gerne weiter und dann freue ich mich wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen das verpasst ihr natürlich nicht wenn ihr den Kanal abonniert